Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge sind wir genau hier rausgegangen aus der Folge und jetzt werden wir erstmal durch den Eingang rausgehen. Und da treffen wir dann auf Shalidor, der uns wie die anderen Stalker natürlich auflauert. Womit kann ich euch helfen, Shalidor? Wo kann ich sie finden? Was hat sie entdeckt? Sie hat den Großteil der schweren Arbeit geleistet. Ich überlasse ihr die Erklärungen. Ihr solltet nur wissen, dass Sheogorath nicht einmal ansatzweise so schlau ist, wie er denkt. Es gelang ihr, seinen Unsinn auseinanderzudröseln und herauszufinden, wohin ihr gehen müsst. Ha! Ja, vielen Dank, vielen Dank. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal nach Gratwald. Ich höre hier so viele Stimmen, während ich hier durchreite. Das ist schrecklich. Da denkt man wirklich, man ist schizophren, so viele Stimmen, wie man jetzt hier aktuell hört. Was ich euch übrigens in der letzten Folge nicht gesagt habe, ihr könnt die Quests nicht alle in Auridon annehmen. Nur wenn ihr quasi zu Beginn hier in Auridon wart und hier die Zuflucht habt, dann könnt ihr auch in Auridon die Magiergilde und die Kriegergilde annehmen. Ansonsten müsst ihr gucken, dass ihr in eurem Startgebiet nachschaut. In dem Fall wäre das dann entweder Glynumbra oder Steinfälle. So, wir laufen jetzt allerdings wieder in den großen Baum rein. Diesmal müssen wir allerdings nicht zum Thronsaal, sondern zur Magiergilde, die übrigens auch oben schon angezeigt wird, sehe ich gerade. Und natürlich hier mit großen Bannern extra nochmal markiert ist. So, Wallastee, da ist sie. Wallastee ist seit heute meine Göttin. Wir haben gerade erst das Buch bei ihr abgegeben, sind durch die Tür spaziert und schon hat sie alles entschlüsselt. Es ist wunderbar. Diese Frau ist einfach toll. Ja, ich bin bereit. Hervorragend. Die Zusammenarbeit mit Charlydor war faszinierend. Obwohl er das Buch nicht lesen konnte, war er dennoch eine unschätzbare Hilfe. Ich musste Schicht für Schicht an versteckten Bedeutungen entschlüsseln, die im Foliant verborgen waren. Dann ist Charlydor hier. Ja, sprecht mit dem Erzmagier. Er meditiert über die kommenden Herausforderungen. Ich bin immer noch etwas ausgelaugt von meinen Bemühungen. Daher wird er das Portal zu den Schauderinseln für euch öffnen. Vielen Dank, Wallastee. Auriel bewache eure Schritte. Ich freue mich sehr über dieses Projekt. Charlydors Heiligtum wäre ein Segen für jeden Magier in Tamriel. Selbst Gildenmeister Vanus heißt unsere Arbeit hier gut. Was könnt ihr mir über das Buch erzählen? Ich bin so froh, dass ihr fragt. Oberflächlich betrachtet ist es ein einfaches Buch mit Kindergeschichten aus dem Dunnmeerland namens Steinfelle. Aber das ist eben nur die Oberfläche. In diesen Kindergeschichten steckt noch mehr? Viel mehr. Jede Geschichte enthält eine verborgene Bedeutung. Kluge Verweise auf Arkanes Wissen und Wendungen und Verwicklungen, die in die fernste Vergangenheit zurückreichen. Es war faszinierend, sämtliche Geheimnisse dieses Buches zu entschlüsseln. Shio Gorat mag ein Wahnsinniger sein, aber er ist auch ein Genie. Das erinnert mich an eine Serie, die ich mal geschaut habe. Das war auch so eine Magie-Serie. Ich habe aber keine Ahnung mehr, wie die hieß. Da war auf dem Cover eine Frau mit einem Röckchen, die schwebte irgendwie so in der Waagerechten. Und es ging um so ein komisches Monster, was scheinbar nur aus Motten bestanden hat. Falls irgendjemand von euch den Namen der Serie noch im Kopf hat, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das macht mich gerade kirre, dass ich nicht weiß, wie das heißt. Wisst ihr irgendwas darüber, wohin ich gehe? Woher kommt ihr? Könntet ihr mein Wissen über diese Zuflucht nochmal auffrischen? Natürlich, Adeptin. Als ihr einige Ruinen für mich erkundet habt, ist der Erzmagier Shalido auf euch aufmerksam geworden. Der uralte Schutzpatron der Magier überall. Wir arbeiten mit ihm zusammen, um die Prüfungen des wahnsinnigen Gottes Shio Gorat zu bestehen und Shalidos verlorene Zuflucht zurückzugewinnen. Wie ist es so, mit Shalido zusammenzuarbeiten? Ein echtes Vergnügen. Er hat eine faszinierende Sicht auf die Geschichte. Er hat sie aus erster Hand miterlebt. Und seine Kenntnis der tieferen Mysterien ist... Nun, ich fühle mich wieder wie ein Lehrling. Valaste, genießt ihr das alles etwa ein bisschen mehr, als ihr vielleicht zugeben wollt? Adeptin, was sich zwischen mir und dem Erzmagier abspielt, geht nur uns beide etwas an. Und sonst niemanden. Ich bin weder euch noch irgendjemand anderem Rechenschaft schuldig. Was könnt ihr mir über das Buch erzählen? Ich bin so froh, dass ihr fragt. Oberflächlich betrachtet, ist es ein einfaches Buch mit Kindergeschichten aus dem Dunmeerland namens... Ja gut, das ist ja das, was wir schon alles hatten. Hat er je darüber gesprochen, wie die Zuflucht verloren ging? Er will mir immer noch nicht erzählen, was geschehen ist. Soweit ich es verstehe, gab es irgendeinen Handel zwischen ihnen und Sheogorath hat ihn über den Tisch gezogen. Ja, ich hoffe sehr inständig, dass man im Hintergrund nicht so extrem den Müllwagen gehört hat. Die haben irgendwie so eine tolle Zeitplanung, dass die hundertprozentig, wenn der Müllwagen vorbeikommt an dem Tag, hundertprozentig immer genau dann kommen, wenn ich am Aufnehmen bin. Ich weiß nicht, die sind immer zu anderen Zeiten da, aber hundertprozentig immer genau in den Zeiten, wenn ich am Aufnehmen bin. Die Feuerschale ist bereit. Valaste hat sie genau vorbereitet. Nach meinen Anweisungen natürlich. Wozu dient die Feuerschale? Wir haben Schwierigkeiten damit, ein Portal direkt dorthin zu öffnen. Also haben wir diesen Anker erschaffen, um uns zu helfen. Ohne jeden Zweifel eine der Betrügereien Sheogoraths. Beim nächsten Mal werden wir sicher keine solche Scherereien haben. Ich bin bereit. Legen wir los. Ah, genau. Rechtzeitig. Willkommen zurück. Ich habe mich schon gefragt, ob ich euch je wiedersehen würde. Mein Herr scheint Freude an meinem Ärger zu haben. Ihr seid hier, um einen Folianten für diesen Schalidor zurückzuholen, richtig? Ja. Wo kann ich ihn finden? Einen Augenblick Sterblicher. Fürst Sheogorath bittet euch erst, eine Aufgabe zu erfüllen, um eure Kompetenz zu beweisen. Er behauptet, er hätte zwei Gegenstände verlegt. Gegenstände, die ihr zurückholen müsst. Eine Gabel und ein Stab. Bitte versucht euch zu beeilen. Mein Fürst lässt mich sehr gerne warten, ist aber selber nicht sonderlich geduldig. Ich habe als Annehmlichkeit ein Portal geöffnet. Es sollte euch geradewegs zur Gabel führen. Eine Gabel und ein Stab. Verstanden. Ich würde sagen, bei passender Gelegenheit Sterblicher. Aber ich erwarte, dass ich noch mehr Zeit vor mir habe als ihr. Wohin wird dieses Portal mich bringen? Mein Fürst ist überzeugt, dass er sein Besteck irgendwo in Himmelsrand verloren hat. Es war während eines Besuchs bei seinem Freund Korthor in Wuldengraf. Das war während der meretischen Ära, glaube ich. Meretische Ära? Mein Fürst hat Korthor vor sehr, sehr, sehr langer Zeit besucht. Was bringt man euch Sterblichen denn heutzutage eigentlich noch bei? Könnt ihr mir etwas über diese Gabel erzählen? Sie ist ein Erbstück. Mein Fürst hängt sehr an ihr. Und sie ist auch ein wenig von Magie umflort, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich hinterfrage Fürst Sheogorath nicht. Was für eine Art von Magie. Nun, die Gabel regt die Magiker um sich herum an und verschmilzt sie zu synergetischen Effekten. In der Hand von jemandem, der bedeutender ist als ihr, kann dies zu höchst dramatischen Ergebnissen führen. In eurer Hand könnte sie gerade dazu gereichen, Rinderbraten zu eurem Mund zu befördern. Das werde ich mal ignorieren. Dieser Geruch. Das Grab eines Drachenpriesters. Seht euch die Schätze an, die er gesammelt hat. Vielleicht ist auch die Gabel hier. Ja. Diese Truhe. Vielleicht ist die Gabel dort drin. Ihr wagt es, mich zu bestehlen? Griff, Wurt, Akrin. Ah, Korthor ist wach. Meine Priester werden mit euch kurzen Prozess machen. Luft, den Oki. Die Schatten bewegen sich, Adeptin. Passt auf euch auf. Kein Thema. Augen nach oben. Noch eine Gruppe. Na komm. Würde ich gerne. Die Eisbarriere ist zerstört. Wir können hindurch. Guten Tag. Sie sehen aber heute wieder gut aus. Ein bisschen faulig und vermodert. Aber ansonsten ganz gut. Ah, da seid ihr ja. Ja, da bin ich. Die Gabel gehört mir. Ihr sollt sie nicht haben. Dir nur. Hat der gerade... Hat der mich jetzt hier als Eunuken bezeichnet? Hallo? Kommt, Sterbliche. Lasst uns keine Zeit verschwenden, oder? Moment. Das ist keine Zeitverschwendung, wenn man mal eben was einsammelt. Wie ich sehe, habt ihr die Gabel. Gut gemacht. Sogar beeindruckend. Ja, ich habe sie. Was nun? Nun zum Stab. Als wir das letzte Mal sprachen, erinnerte sich mein Fürst an die Unannehmlichkeiten von Wüstensand. Ich glaube, er liegt irgendwo in Hammerfall, in den vertrockneten Händen von Prinz Maliel. Prinz Maliel? Prinz Maliel Al-Akir, die Sense von Yokuda. Zu seiner Zeit ein imposanter Krieger. Doch diese Zeit ist über tausend Jahre her. Und dennoch... Ich werde den Stab vom Prinzen holen. Wo bin ich hier? Dies hier ist die Nekropole Asakala, die Ruhestätte von Prinz Maliel. Auch bekannt als die Sense von Yokuda. Die Untertanen des Prinzen waren schlau. Sie haben magische Siegel geschaffen, um seine Ruhestätte zu bewachen. Und ihr wisst, wie man an ihnen vorbeikommt? Betrachtet die yokudanischen Statuen. Jede trägt einen Kristall am Kopf und ein Siegel am Fuß. Und die Essenzen, die hier in der Luft herumwirbeln, ihre Energie kann dazu genutzt werden, um diese Schlüsselsteine zu öffnen. Wie kann ich sie einfangen? Hier. Ich kann euch eine Aura verleihen, die es euch erlaubt, die Essenzen einzufangen, wenn sie durch euch hindurchfliegen. Sammelt so viele wie möglich von den Kleinen ein. Sie sollten dieses Karabeus-Siegel auf den Statuen in der Nähe öffnen. Über die anderen beiden werde ich erst noch etwas nachdenken müssen. Ich kann das schaffen. Dieser Ort ist unglaublich. Die alten Rotwardonen waren ein edles und versiertes Volk. Ich habe immer noch ein paar Fragen. Was kann ich euch erzählen, Adeptin? Könnt ihr mir noch einmal das über die Essenzen erzählen? Alikre wird angegriffen. Ein nekromantischer Kult stört die üblichen Gezeiten von Leben und Tod. Die Toten, die einst Maliel dienten, stellen nun einen Weg in sein Grabmal dar. Wie sammle ich sie ein? Ihr müsst nur in ihrer Nähe sein, um sie einzusammeln. Mein Zauber wird die Essenzen an euch gebunden halten, bis ihr bereit seid, sie in die Statue zu übertragen. Aber merkt euch, ihr könnt immer nur vier von ihnen zur selben Zeit mit euch führen. Was habt ihr gerade über die Statuen gesagt? Unter den Statuen liegen die Toten aus Prinz Maliels Armeen begraben. Ihre Essenzen brodeln aus dem Sand empor, freigesetzt durch die Gefahren, die Alikre heute bedrohen. Also gebe ich die Essenzen zurück an die Statuen. Genau das, Adeptin. Die geringeren Essenzen, die ihr vor euch seht, werden für die Statuen mit den orangenen und grünen Kristallen reichen. Die Statuen in der Nähe des Eingangs zu dieser Anlage. Wie wir mit den beiden hinteren Statuen verfahren, muss ich mir erst noch überlegen. Woher wisst ihr das alles, Erzmagier? Was für ein Erzmagier wäre ich denn, wenn ich das nicht wüsste? Ich habe mein ganzes Leben damit zugebracht, Wissen über alle möglichen Dinge anzuhäufen. Nicht nur über Magie. Die jokudanische Kultur oder die rotwardonische, wie ihr sie nennt, ist da keine Ausnahme. Wenn Wallastee hier wäre, könnte sie euch das sicher auch sagen. Ja, aber ich finde es immer noch irgendwie grausam, dass man immer wieder die gleichen Fragen im Endeffekt stellt. Auf Sachen, die ja schon lange beantwortet worden sind, weil er es eben erst erklärt hat. Hier ist noch eine und hier. Ihr habt die Essenzen. Durchtränkt eines der Skarabeus-Siegel damit. Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Jetzt noch vier mehr. Machen wir, wenn das denn mal funktionieren würde. Mit dem Durchlaufen. So, natürlich sammeln wir auch alles ein in der Zeit. Die können wir auch schon mal kaputt machen. Die sind sonst auch gleich im Weg. So. Da hinten ist noch einer. Da und... Die letzten vier. Durchtränkt das andere Siegel damit. So. Einmal zum Siegel, bitteschön. Und... Für ein solch abergläubiges und magierhassendes Volk ist dieser Ort ein wahres Kunstwerk. Was tun wir wegen der anderen beiden Statuen? Sind euch die Sandbarrieren an den Durchgängen in den Bergwänden aufgefallen? Ich vermute, dass die Generäle des Prinzen dort drinnen warten. Ihre Essenzen würden zweifelsohne reichen, um die anderen beiden Statuen zu aktivieren. Seine Generäle? Woher wisst ihr das? Ganz einfach, Adeptin. Die Siegel an den Füßen dieser Statuen zeigen einen Skorpion und eine Spinne. Das waren die Geistertotems von Maleels wichtigsten Generälen. Sadina und Rashomta. Dann lasst uns sie holen gehen. So, und zwar gibt es einmal ein Todesopfer hier unten. Ihr werdet Male ehr niemals erreichen. Sadinas Statue sollte ein Skorpionsiegel am Fuß haben. Haben wir. Haben wir. So, können wir auch direkt schon mal hier zum Fuß. zu der Statue reinsetzen? Ein glücklicher Zufall, Sterbliche. Der Staat gehört immer noch mir. Keine Panik. Geht nicht darum, dir was wegzunehmen. Geht nur darum, dem verrückten Gott etwas zu geben. Mein Leben für Male ehr. Ist in Ordnung. Setzen wir ein. Flupp. Die Kristalle summen vor Kraft. Geht in die Mitte. Dort solltet ihr den Schlüssel zu Prinz Maleels Grab finden. Ihr wagt es, mein Grab zu öffnen? Kommt und spürt die Sensenklinge. Wir kommen, wir kommen. Aber wir nehmen unterwegs noch eben was mit. Insekt. Dann müsstest du mir schon die Finger abschneiden. Wie es der Clown in DVD tat. Zumindest als ich Kate war. Ich schätze, Haskell wartet draußen. Gehen wir. Ja. Allerdings. Nein. Ich will das Fass haben, wo ich dreimal draufgeklickt habe. Mann. So. Ist da noch was drin? Weißes Fleisch. Sehr schön. Das bekommt man ja auch nicht überall. Haskell. Alter Sack. Wo bringst du uns jetzt hin? Eine weitere erfolgreiche Bergung, wie ich sehe. Ja, hier ist der Stab. Wohl an, denn. Ich habe Anweisung, euch zurück zu den Inseln zu bringen. Mein Fürst würde gerne ein paar Worte mit euch wechseln. Okay. Ah, genau, rechtzeitig. Willkommen zurück. Seht, Haskell. Gäbelchen ist zurück. Freut mich, es wiederzusehen. Oh. Es ist auch schön, euch zu sehen, Sterbliche. Schätze ich. Ja. Hier sind sie. Wundervoll. Ich nehme ihn gleich mal. Gäbelchen. Ich habe dich so vermisst, Gäbelchen. Wir werden uns nie wieder trennen. Es beschert mir eine Gänsehaut, ihn wieder in Händen zu halten. Was ist mit diesem Stab? Ah, der Wabbajak. Maliel hat ihn viel zu lange in diesem staubigen Grabmal gehabt. Sagt, warum schüttelt ihr ihn nicht ein wenig aus? Warum nehmt ihr ihn nicht und setzt ihn gegen ein paar dieser selbstgerechten Tempelkerle ein? Und worauf lasse ich mich da ein? Es gibt keinen Grund, euch euren hübschen, sterblichen Kopf darüber zu zerbrechen. Der Wabbajak, er entfesselt das wahre Potenzial in jedem. Die unerkannte Essenz der künstlerischen Schönheit, die pocht und schlägt in dem... Seht mal, ihr wollt doch das Buch. Dann verprügelt halt ein paar Leute mit dem Wabbajak! Okay, darf ich bei dir anfangen? Wenn ihr darauf besteht. So, ganz wichtig. Wir müssen den jetzt erstmal ausrüsten. Ja gut, bei mir sieht der jetzt natürlich anders aus, weil ich da was drüber liegen habe. So, die haben wir zu Stein verwandelt. Die ist ein böses Skelett geworden, aber wenn wir nochmal draufhauen, dann geht das wieder zurück. Und ich schätze... Ne, die wird auch zum Skelett. Und dann wird er jetzt vermutlich... Wenn er denn mal hier vorkommt... Hallo! So, mach ich den nochmal. Den kann ich nicht nochmal. Wo ist denn jetzt hin? Zum Schwein, genau! Das wollte ich eigentlich gesagt haben, aber nein, er wollte ja nicht. So, bitteschön. Ein wenig eingerostet, aber nicht schlecht. Es ist so lustig, euch Sterblichen zuzusehen, wie ihr euch mit Dingen abmüht, die ihr nicht verstehen könnt. Ich brauche ihn jetzt zurück. Hier ist er. Und wie versprochen, das Buch. Nur zu, nehmt es. Habt Dank. Sobald es euer ist, wird es euch geradewegs zurück nach Tamriel schicken. Merkwürdig, wie Bücher die Angewohnheit haben, einen an andere Orte zu versetzen. Haltet einfach die Luft an und schließt die Augen und zählt bis, sagen wir mal, eine Million. In Ordnung. So, ganz wichtig ist allerdings, dass, wenn ihr das selber macht, ihr auf jeden Fall auch wieder euer Set kompletieren müsst. Also sprich, den Stab wieder reintun müsst. Und das Zirkus des fröhlichen Abschlachten. Glücklich sein heißt einsam sein. 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 Einsam sein heißt glücklich sein. So, verlaus D. Ah, ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr das zweite Buch? Ja, hier ist das Buch. Hervorragend. Der Zirkus des fröhlichen Abschlachtens? Was für ein Titel. Ich beginne umgehend mit meinen Untersuchungen. Ich kann es kaum erwarten. Und wir haben einen Arkanen Ring erhalten und eine blaue, wahrlich prächtige Glüh für der Magika. Ja, und mehr kann man eigentlich auch nicht mehr dazu sagen, weil damit ist die Quest hier erstmal beendet. Ich hoffe, dass ich ganz schnell Shalidor wiederfinde. Das heißt, ich müsste, also ich persönlich müsste jetzt theoretisch nach Auridon reisen. Oder er steht eventuell gleich hier vor der Tür. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Und ja, wo es dann hingeht, das werden wir dann alle zusammen in der nächsten Folge sehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Dann. Vielen Dank.